Ich habe es jetzt einmal mit den Metern schon probiert und schauen, ob es funktioniert und wenn nicht. Ob es laut genug ist, in der Falle, oder ob das? Nein, nein, das ist doch... Es brennt alles über die Splitboxen direkt. Ist da jetzt der CD drin? Nein, Gott nicht. Irgendwas noch in Ordnung, das schauen, ob es das Signals gibt. Kleine schwarze Puffer, oder? Was? Ja, und dann haben wir noch den Mino-Output mit der XLR. Aber zwei Outputs. Ja, ja. Es geht jetzt um die internen Boxen. Jetzt kommt ein Dieb auf. Das ist mein... Das ist mein... Das ist mein... Dieb auf! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.